Herzlich Willkommen auf dem Modellbau Kanal und viel Spaß mit dem neuen Video. Heute haben wir mal was ganz anderes vor. Und zwar stelle ich euch die Alpha-Version des Spiels Heavy Duty Challenge vor. Und zwar geht es in diesem PC-Game um das Truck-Reil-Fahren, wo man einen Parcours mit Torstangen durchfahren muss, ohne Stangen zu brechen und Hindernisse zu überqueren sozusagen. Meistens sind auch Geröll und Steine und unterschiedliche Untergründe. Das Spiel bringt einiges mit sich. Aber ich will nicht so viel verraten, sondern viel Spaß dabei. Zuerst schauen wir uns doch mal an, wie wir die ganze Sache hier steuern. Aktuell ist noch kein Controller oder Lenkrad beigeschaltet. Es gibt doch nur ein Parcours und eine 3-Achse, die man fahren kann. Wie wir sehen können, können wir die Dis-Vlogs sperren und noch viele weitere feine Features, die Kamerasteuerung und unterschiedliche Perspektiven. Ja, gut, da würde ich immer sagen, wir probieren das Ganze mal. Mal schauen. Wacht, den hätten wir ja schon mal aus dem Video. Wirklich super. Also detailgetreu. Hammer hatte Ausstattung hier. Mit dem Spann von Achsen an. Features. Ja, das kann sich sehen lassen. Mit Schaltung fahren wir. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Und los geht's. Schaltung. Die zweite Kahn ist schneller. Ich kann nämlich etwas regeüberrufen. Geht das? Okay. Ich bin nämlich fest, was die Adermunde für die Torentes fassen. Genau, fahren. Und das ist okay. Ja. Hier muss halt fast. Ich will schon sehr weit vorausschauend fahren, weil ich mit etwas regere Trennung dauere. Und das ist der Grund zu halbergeschickt, warum du die Vorderart sind. Und du musst halt eben jeweils präzise anfahren. Und dann auch mit dieser, also nicht der Ahnung, wie viel denn ist. Und dann auch mit dieser, also nicht der Ahnung, wie viel denn ist. Ah, jetzt kommt ein Problem. wie man sieht, der Untergrund, muss man sich doch genauer anschauen, wo der nächste Schiff aufgebaut wird. Das ist schon der Wiederspiegel, am Anfang heißt mit solchen Steinen, das ist ja von dem warmen Parcours. Wenn ich mal wegschwimmen, das ist eine Rumpfung, boah, da geht es auch nicht gerade wenig rund hier, wo ich gerade gehört habe, das war ein Felsbrochen, ah, gut, gebrochen ist gebrochen. Schade, schade, schade. Da ist die ganze Waldweg auf, da muss ich jetzt rechtzeitig rumkommen. Und abenteuerlich ganz die Grip auf die Vorderachse bekommen. Ja. So. Ja, es ist verbesserungswürdig, von meiner Seite muss ich noch ein bisschen üben, aber ich bin eigentlich begeistert. Ja. 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 Ja.